Dieses zum Kauf angebotene Siebenzimmer-Einfamilienhaus befindet sich in Schorfheide. Das im Jahr 1981 erbaute Gebäude wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über einen Balkon. Es hat eine Einbauküche. Das Haus verfügt über einen Balkon. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 2921 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 150 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Gebäudes beläuft sich auf 249.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF, 2020